Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir mal Gomu. Ich wollte gerade Blizz weiter aufnehmen. Blizz ist irgendwie wieder abgeschmiert. Ich weiß auch nicht warum oder an was das liegt. Weil, keine Ahnung warum es jetzt leider abschmiert ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, dann habe ich jetzt hier die Genehmigung von Dedeleke für Gomu noch. Und dann nehme ich das einfach auf und es kommt dann einfach nach Big Time Monkey würde ich sagen. Und ich würde sagen, was ich dir alles sagen würde. Bonus, was gibt es da? Ah, noch alles geschlossen. Wir machen ein neues Spiel. Es ist ein kleineres Adventure, genauso wie Big Time Monkey denke ich mal. Aber lassen wir uns überraschen. Los geht's. Musik Musik Inventar, da oben ist also das Inventar, ok, da ist das Menü und klicke hier. So. Und jetzt können wir die Lampe anschalten. Hat sich was gebracht, Nägel? Und wir können sie wieder ausschalten, so. Also ich glaube, man kann nicht zu jedem Ding laufen, man kann immer nur dahin laufen, wo die Pfeile sind. Aber wir können den Schlüssel nehmen. So, blopp, blopp, und ins Inventar. Oder in den Rucksack gesteckt, dahinten in den Reißverschluss. So, jetzt haben wir da oben einen Schlüssel. Sonst können wir auch wieder nur hier weiter... Da oben ist TNT, was macht denn da oben TNT? So. Licht ist an, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ich denke mal nicht, ne? Wir können das Licht da drüben auch noch anmachen. Blöing. Okay, jetzt gehen wir aber raus. Was ist denn da hinten, ne? Hey! Hier! Wer bist du? Hallo! Sind wir das selbe? Sieht aus wie wir. Bloß im Dunkeln. Ach, ich muss den Schlüssel benutzen, ja klar. Hey! So. So, sperren wir mal auf. Oh, oh, und der Traum war wahr. Sieht so aus, als wäre unser Hund weg. Oh, oh. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020